Ja, beim Bauhausen wird alles remontiert und nach Hause geführt, auch die Buchstaben hier Blumenfeld und dann wäre unser Blumenfeld geschlossen bis nächstes Frühling und wir würden uns freuen, euch nächstes Jahr wieder auf unserem Blumenfeld begrüßen zu dürfen. Nummer B B B D 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 Platz ist leer. Ende Saison.